Jo Leute, willkommen zu meinem kleinen Weihnachtsspezial. Heute gibt es ein Gewinnspiel und zwar bekommt der Gewinner einmal eine Nebelnick-Kappe seiner Wahl, also Banane oder Bobwurst, dann einen Pullover seiner Wahl, hier, und einmal, jetzt kommt der Sexy Strip, Moment, hier, warte, hier, einmal ein Nebelnick-T-Shirt seiner Wahl, und zwar, genau, was ihr dafür tun müsst, warte, ich brauche eigentlich gar nicht die Decke, was ihr tun müsst, um diese unglaublichen Klamotten zu gewinnen, ist, ihr müsst mir ein Bild schicken von eurem schlechtesten Weihnachtsgeschenk, was ihr heute Abend bekommt, das heißt, der mit dem aller, allerbeschissensten Weihnachtsgeschenk dieses Jahres, Mit anderen Worten, der, der das aller, aller schlechteste Weihnachtsgeschenk überhaupt bekommt dieses Jahres, bekommt dann natürlich dementsprechend das allerbeste Weihnachtsgeschenk dieses Jahres, weil er eine Nebelnick-Merchandise-Packung bekommt, dadurch wird er natürlich zum richtigen Niek, und ich meine, das ist doch das schönste Weihnachtsgeschenk. Also Leute, sendet mir eure schlechtesten Weihnachtsgeschenke heute Abend auf Twitter oder auf Facebook, ja, und der schlechteste, das schlechteste Geschenk gewinnt dann eben eine Nebelnick, ein Nebelnick-Merchandise-Set. Gut, ich wünsche euch schöne Weihnachten, viel Spaß bei dem Gewinnspiel, ich hoffe, ich bekomme ein paar lustige Sachen, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, schöne Weihnachten, schöne Weihnachten, ja.